Ich bekomme in regelmäßigen Abständen von euch immer Empfehlungen zugestellt, welches Linux-Betriebssystem ich mir denn mal anschauen sollte. Besonders bei Systemen, die so ein bisschen unter dem Radar schweben, die man jetzt nicht so aus dem Mainstream kennt. Und das sind manchmal wirkliche kleine Goldgruben. Ein solches Betriebssystem wurde mir jetzt empfohlen, nämlich Big Linux und zwar von David K. im Matrix-Space von so einem Typ im Internet. Und dieses Betriebssystem, das schauen wir uns dann heute mal an. Und wenn du auch eine Empfehlung hast, welches System ich mir mal anschauen sollte, dann komm ruhig mit in den Chat in die so ein Typ im Internet Community oder schreib es einfach unten in die Kommentare rein. Das geht auch. Und jetzt schauen wir uns mal Big Linux an. Also schnappt dir einen Tee. Los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag. Zeit für Sonntags-OS. Und heute installieren wir mal Big Linux. Eine Empfehlung von euch, da mal draufzuschauen. Laut distrowatch.com ist Big Linux ein System, welches auf Manjaro basiert. Also nicht einfach nur Arch, sondern man hat sich tatsächlich Manjaro genommen und das Ganze dann ein bisschen umgemodelt. Kommt aus Brasilien und hat den KDE-Plasma-Desktop. Und hier sehen wir auch schon ein kurzes Statement zur Geschichte. Big Linux selber gibt es bereits seit 2004 und wurde ursprünglich, basierte das Ganze auf Kubuntu. war damals tatsächlich einer der beliebtesten Betriebssysteme mit Ubuntu mit KDE-Plasma-Desktop. Dann ist das Ganze später neu entwickelt worden, reborn, sagt man dazu, also wiedergeboren worden mit dem Deep-In-Desktop. Dann konnte man sich zwischenzeitlich noch aussuchen zwischen Cinnamon-Desktop und Deep-In-Desktop-Environment. Und ja, seit 2021 ist das Ganze dann zu Manjaro migriert und bietet jetzt nur noch den KDE-Plasma-Desktop an. Und ja, was dieses Betriebssystem denn so ausmacht, das schauen wir uns jetzt mal an. Hier ist ein Link zur Homepage biglinux.com.br. Das sagt uns schon, dass es uns nach Brasilien führt. Und hier haben wir auch schon den Chefentwickler, der Bruno Gonsalves. Der steht hier in einem Stadion, hat hier so ein, ja, so ein Promotion-Video, wo er sich ein bisschen selber inszeniert, was er für ein toller Hecht ist, so ein bisschen der Steve Jobs von Brasilien wahrscheinlich. Und ich meine, das System selber verspricht einiges. Wenn wir uns mal hier schauen, bei was ist das biglinux-Projekt, dann lesen wir ziemlich schnell raus, dass es tatsächlich darum geht, die Entwicklung, technische Entwicklung innerhalb von Brasilien halt großflächig voranzutreiben und ein System zu schaffen, welches kostenfrei und sehr, sehr einfach für alle sozialen Klassen zugänglich ist. Hashtag digitale Inklusion. Und ich glaube, das ist in Brasilien noch deutlich krasser als jetzt zum Beispiel in Europa, was quasi die Armutsgrenze betrifft und die digitale Inklusion von unteren Schichten. Und ja, auf die Fahne haben sie sich geschrieben, die Förderung und Verbreitung freier Software und Nutzungsstandards. So, hier haben wir Bruno Consalvis und noch diverse andere Entwickler. Und ja, dann kann man hier auf Download einmal drauf. Die Seite wird immer hier live übersetzt auf Deutsch. Also die Originalsprache ist Portugiesisch. Und da kann es ein bisschen zu Übersetzungsfehlern kommen. Das werden wir jetzt hier gleich merken. Zum Beispiel steht hier Tisch Ember oder Tabelle oder hier Tabelle TKG. In Wirklichkeit sind damit die Mesa-Treiber gemeint. Das sind diese Grafiktreiber. Das ist Mesa Ember. Mesa ist halt Portugiesisch und heißt Tisch. Und das hat jetzt hier der Übersetzer einfach mit übersetzt. Das sind also die Mesa-Treiber. Auch hier Mesa 22 und hier Mesa TKG. Dann haben wir hier Mesa, Mesa Ember und Mesa TKG. So, Big Linux gibt es hier in drei Versionen. Einmal eine Version für ältere Rechner mit dem LTS-Kerne 5.10. Dieser ist für Rechner konzipiert, die jetzt vor 2011 produziert wurden. Und damit läuft diese Version ziemlich stabil. Dann das empfohlene System ist der mit dem aktuellen LTS-Kerne 5.15. Läuft quasi auf so ziemlich jeder Hardware. und ist sehr stabil und ich glaube wirklich für jeden die beste Wahl. Und dann gibt es aber auch noch einen mit einem TKG-Treiber, den Kerne 6.0. Und der ist für sehr, sehr neue Geräte, für die, die wirklich am Rande des aktuellen immer sein wollen, die immer die neuste Software auf dem System haben möchten. Die können dann entsprechend das herunterladen. So, ich habe mir jetzt hier die Torrent-Datei schon heruntergeladen, beziehungsweise den Torrent schon, oder die ISO schon heruntergeladen, habe ich via Torrent gemacht. Ist immer sehr zu empfehlen. Und habe das Ganze dann auf einen Stick gezogen, auf einen Ventoy-Stick. Da das jetzt hier meine zweite Aufnahme ist, werde ich das jetzt hier nicht nochmal zeigen. Und ja, der Stick steckt jetzt bereits schon im Rechner drin, in meinem HP-Rechner. Und dann würde ich sagen, schalten wir diesen auch gleich mal an. So, und den Boot-Vorgang unterbreche ich mit F9 hier, so dass ich jetzt zuallererst auf das Boot-Menü dann komme. Und ich wähle hier den SanDisk. Ja, hier sieht man schon, Big Linux ist schon drauf. Aber ich wähle jetzt den SanDisk Cruiser aus. Das ist im Prinzip der Stick. Und wähle dann hier Big Linux. So, und dann starten wir das Ganze. Den Grub-Normal-Mode. Das ist in Ordnung. Und hier haben wir jetzt einen wunderschönen Grub-Bootloader, wo ich jetzt hier die Möglichkeit habe, mir genau auszuwählen, was alles geladen werden soll. So, und zwar kann ich einerseits laden mit den neuesten NVIDIA-GPU-Treibern, also den NVIDIA-Grafikkartentreibern und auch den Broadcom-Wireless-Treibern. Oder ich nehme einfach die Open-Source-Treiber, die Quellöffnen-Treiber, wenn ich zum Beispiel eine AMD- oder Intel-Grafikkarte habe oder zum Beispiel auch kein WLAN benötige. Das ist tatsächlich jetzt bei mir hier der Fall. Mein HP-Rechner, wo jetzt diese ISO hier drin liegt, die hat kein NVIDIA, die hat auch kein WLAN. Und von daher wähle ich jetzt hier die Open-Source-Geschichten auf und warte jetzt, bis der Start durchzogen ist und warte jetzt, bis das System startet. So, das ist hier unser allererster Bildschirm, den wir hier sehen. Bevor das Betriebssystem überhaupt in die Live-Umgebung gestartet wird, wird hier eine Sprachauswahl angeboten. Das finde ich sehr, sehr löblich. Das hat man ganz, ganz selten. Meistens wird dann einfach nur Englisch geladen oder so. So, hier wähle ich dann direkt mal Deutsch aus. Dann die deutsche Tastatur. Auch das ist wirklich sehr, sehr löblich, denn nur so habe ich die Möglichkeit, recht schnell und einfach mal die Live-Umgebung auch auf meinem System zu testen, ohne dass ich erst vorher mit den Einstellungen rumdoktern muss. So, und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, entsprechend auszuwählen, welches Theme, also welche Oberflächenthema ich dann haben möchte. Es gibt dann hier das Breeze-Thema, das ist das Standard-KDE-Plasma-Thema. Es gibt noch Fluent Solid und Fluent und dann das Materia Dark. Und das Materia Dark, das gefällt mir halt sehr gut und deswegen nehme ich jetzt Materia Dark. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, mir den Desktop-Style auch auszuwählen. Da gibt es zum einen diesen klassischen Stil mit der Startleiste und einem einfachen Startmenü. Dann gibt es hier den Unity-Style, wie man ihn von Ubuntu Unity kennt. Dann gibt es hier einen etwas neueren Style. Ich nehme mal an, das wird so ein bisschen auf Windows 10 gemacht sein, wo das Startmenü ein bisschen breiter ist. Next G und Desk X erinnert einen dann so ein bisschen an Mac OS. Ich nehme mal an, Next G ist so ein bisschen Deep-In-Desktop-Environment-mäßig und Desk X ist dann eben Mac OS X-Stil mit diesem Dock unten. Und dann gibt es noch einen Modern Style und dieser ist eher angelehnt an Windows 11, wo die Taskleiste quasi so in der Mitte ist, wo alles eben so zentriert ist. Ich nehme jetzt einfach mal den Style New. Und schon befinden wir uns hier auf dem Desktop der Live-Umgebung. Es ist im Prinzip alles geladen und auch schon voll funktionsfähig. Und hier gibt es sogar eine Leitstelle, das gucken wir uns dann nachher alles an. Zuallererst möchte ich aber das System installieren. Deswegen einmal hier ein Doppelklick drauf. Und statt sich gleich der Calamaris-Installer öffnet, haben wir noch eine kleine Vorauswahl. Und auch das finde ich unfassbar toll. Wirklich sehr, sehr elegant gelöst. Und denn so habe ich mir auch noch mal die Möglichkeit auszusuchen, wie denn die Festplatte halt formatiert werden soll. Es gibt hier einmal Muster, Leistung und Kompatibilität. Ich nehme mal an, das handelt sich wieder ein bisschen um ein paar Übersetzungsfehler, was aber nicht so schlimm ist. Lässt sich aber sehr gut heraussehen, herauslesen, um was es denn hier geht. Man kann ganz normal das System auf EXT4 formatieren lassen. Da hat man dann eben eine höhere Kompatibilität. Oder ich nehme ButterFS ohne F-Sync. Dann habe ich hier die Möglichkeit, auch via Timeshift Snapshots zu erstellen. Und das nehme ich auch. Die Rakete einmal auswählen. Und schon haben wir hier den Calamaris-Installer. Und auf Deutsch ist das Ganze schon eingestellt. Dann einmal weiter. Ich befinde mich aber nicht in New York, sondern einmal hier in Berlin. Gut getroffen. Dann einmal weiter. Das ist die Standard-Tastatur für Deutschland. Das ist in Ordnung. Das kann so bleiben. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, meine Festplatte entsprechend einzurichten. Hier oben ist schon die richtige Festplatte ausgewählt. Da immer drauf achten, dass da nicht die falsche ausgewählt ist. Und ich sage einmal Festplatte löschen. Hier sehen wir schon Big Linux Base in Manjaro Linux. Das ist das, was schon drauf war. Und ich möchte hier keine Swap-Partitionen haben. Wir lassen das Swap weg. Das kannst du aber aussuchen, ob du mit oder ohne haben möchtest. Ich sage jetzt einfach ohne. Und dann einmal auf Weiter. Dann können wir hier jetzt den Benutzer anlegen. Und das kann so bleiben. Und dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer-Typ. Automatisches Einloggen lasse ich abgehakt. Das möchte ich nicht. Ich möchte mich schon einloggen mit einem Passwort. Und dann wird das Ganze hier nochmal zusammengefasst. Und dann kann ich installieren. Okay. Und jetzt heißt es einfach abwarten und Tee trinken. So, die Installation ist dann auch schon fertig. Und dann können wir das System neu starten. So, und hier haben wir das Big Grub-Menü. Und hier sehen wir auch, ist Debian Linux hier auch parallel mit drauf. Das ist meine Server-Installation, meine NAS-Server-Installation. Die hat er hier gleich mit erkannt. Und das sagt uns halt, dass OS-Prober standardgemäß aktiviert und eingerichtet ist. Das ist sehr, sehr gut. Aber wir starten jetzt Big Linux. So, und da haben wir hier den STDM-Login-Screen. Und da gibt es immer bei jedem Hochfahren immer so ein Fun-Fact, der hier steht. Finde ich sehr lustig. Zwischen den Durstperioden können Dromedare zwischen 60 und 100 Liter Wasser auf einmal trinken. Ah ja, sehr interessant. So, dann einmal das Passwort rein und angemeldet. Und schon sind wir auf unserer Oberfläche von Big Linux. Also, die Installation war schon mal sehr, sehr einfach und sehr intuitiv. Kann quasi jeder. Also, dazu braucht man auch nicht studiert haben. Und hier beim ersten Start gibt es einen Einführungsbildschirm in Big Linux. Und ich kann immer empfehlen, diese Einführungsbildschirme haben seine Berechtigung. Die Entwickler haben sich da immer was dabei gedacht. Und deswegen laufen wir das Ganze mal durch. So, einmal weiter. Desktop und Theme-Einstellungen. Hier kann ich im Prinzip noch mal das Theme ändern, wenn ich es denn ändern möchte. Ich lasse das aber so, wie es ist. Dann habe ich hier die Möglichkeit, mir einen Avatar zu vergeben. Aktuell ist hier das Standard-Avatar drin. Das kann aber jetzt auch so bleiben. Da möchte ich jetzt nichts weiter dran ändern. Aber Sprachpakete ist durchaus interessant. Denn verfügbar sind tatsächlich ein paar Sprachpakete, gerade für Firefox oder auch für LibreOffice. Und installiert sind aktuell keine deutschen Sprachpakete. Und deswegen ist es auf jeden Fall zu empfehlen, hier die Pakete zu installieren. Und dann kommt jetzt eine Meldung, dass ich erst das System aktualisieren soll, bevor ich hier die Sprachpakete installiere. Das ist überhaupt kein Problem. Schließlich wurde ich soeben daran erinnert, dass zwei Aktualisierungen verfügbar sind. Da klicke ich jetzt hier unten einmal drauf. Dann öffnet sich PAMAC. Das ist quasi das Software-Center für Manjaro. Und dann kann ich hier einmal auf Übernehmen, Passwort rein und kurz abwarten. Und damit ist das System aktuell. Und jetzt kann ich die Sprachpakete installieren. Einmal Pakete installieren. Möchten Sie fortsetzen? Jawohl. Passwort rein. Und das war es auch schon. Ging ziemlich schnell. Nur ein paar Sekunden. Jetzt sind quasi keine Sprachpakete mehr verfügbar und die sind alle installiert. Alles ist jetzt auf Deutsch. Super schnell und super einfach und intuitiv. Wunderbar. So wünsche ich mir jedes Linux-Betriebssystem. Machen wir mal weiter. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, meinen Standard-Browser auszuwählen. Bei Brave ist hier der Haken drin. Brave ist quasi mein Standard-Browser. Ich kann aber auch den Firefox wählen. Der ist ebenfalls installiert. Oder ich kann auch einen anderen Browser wählen, indem ich hier einfach draufklicke. Dann öffnet sich der Big Store. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, einen Browser meiner Wahl zu installieren. Wie zum Beispiel, wenn ich möchte Vivaldi, den Epifani-Browser oder Opera. So, dann machen wir mal weiter. Hier geht es zu KDE-Connect. Das heißt hier KDE-Verbindung. Das ist halt eine Übersetzung. Das kommt durch die Übersetzung. So, und da kann ich mir KDE-Connect aus dem Google Play Store oder hier für den Apple App Store entsprechend herunterladen und installieren. Einfach hier den QR-Code abfotografieren. Falls ich noch spezielle Hardware angeschlossen habe, wie zum Beispiel bestimmte WLAN-Hardware oder auch Grafikkarten-Hardware, habe ich hier jetzt die Möglichkeit, über das Treiber-Menü einfach noch zusätzliche Treiber und Firmwaren herunterzuladen. Er erkennt dann im Prinzip alles, was dann so installiert ist oder angeschlossen ist an dem Rechner und ob Treiber dafür verfügbar sind. Hier bei meinem HP-Rechner ist jetzt alles in Ordnung. Hier werden keine zusätzlichen Treiber benötigt. Hier kann ich mir auch gleich direkt noch mal Informationen holen zu meinem Gerät. Das kann durchaus sinnvoll sein. Im Support-Fall, wenn ich im Forum Fragen habe oder Hilfe benötige, dann kann es sinnvoll sein, hier einfach mal die komplette Hardware-Liste mir anzeigen zu lassen, was alles so installiert ist und was ich alles so verfügbar habe. Sehr schön. Und falls ich einen Drucker angeschlossen habe, wie zum Beispiel einen HP-Drucker oder auch einen Browser- und Epson-Drucker, kann ich den Drucker dann hier entsprechend hinzufügen. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, entsprechend schon mal die BIG-eigene Software kennenzulernen, nämlich das BIG-Kontrollzentrum, den BIG-Store-Webanwendungen, auch die Rauschunterdrückung. Die schauen wir uns jetzt schon mal an. Das ist ein Audio-Manager. Hier kann ich entsprechend das Mikrofon oder den Audio-Eingang schon soweit konfigurieren, sodass hier ein Filter zwischengeschaltet wird, das Hintergrundrauschen entfernt. Das ist besonders sinnvoll bei Videokonferenzen oder auch bei Videoaufnahmen wie dieser jetzt hier. Dann gibt es auch eine Spracherkennung, eine Text-to-Speech-Spracherkennung. Hier habe ich nämlich die Möglichkeit, dann entsprechend Dokumente und Ähnliches vorlesen zu lassen. Und hier kann man das dann entsprechend einstellen, was für eine Sprache man denn haben möchte. Aktuell ist Englisch und Portugiesisch eingestellt. Man kann aber im BIG-Store ebenfalls auch andere Sprachen herunterladen. Und zu guter Letzt ebenfalls eine Anwendung von BIG ist das OCR-to-PDF. Das ist eine ziemlich schlanke Anwendung. Wenn ich Dokumente einscanne und als PDF abspeichere, kann ich sie hier via OCR scannen lassen. Und dann ist der Text, der auf dem PDF-Dokument dann steht, auch rauskopierbar. Dann ist der auch durchsuchbar. Das ist besonders wichtig, wenn ich Dokumente eben einscanne, abspeichere und nachher auch Inhalte durchsuche. Dann ist dieser Text dann auch durchsuchbar. Und deswegen ist das unfassbar sinnvoll, dieses OCR-to-PDF, besonders in Universitäten und Schulen, ist das sicher sehr, sehr sinnvoll. Machen wir weiter. Hier gibt es dann noch eine Link-Liste und zwar alles, was das Projekt Big Linux selber betrifft, zum Spenden. Hier gibt es ein Forum, Social-Media-Kanäle und so weiter. Und das war es auch schon. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die ersten Schritte zur Verwendung von Big Linux abgeschlossen. Sehr gut, sehr gerne. So, dann sind wir hier wieder auf dem Hauptbildschirm. Das ist im Prinzip ein Standard-Desktop. Mit Rechtsklick kann ich auch zum Beispiel den Hintergrund ändern, das Hintergrundbild. Und da gibt es hier zahlreiche Desktop-Hintergründe, die man dann so haben möchte. Zum Beispiel auch die preisianische Flagge. Oder ich kann hier auch zum Beispiel Big New aktivieren. Das nehme ich jetzt einfach mal. Einmal anwenden. Okay. Und schon habe ich ein neues Hintergrundbild. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schick. So, auf dem Desktop befindet sich ein Icon namens Leitstelle. Das nehme ich mal an, ist so eine Art Systemverwaltung. Hierüber habe ich nämlich Zugriff auf sämtliche Einstellungen für das System. Denn die ganzen Anpassungen und Einstellungen werden nicht zwangsläufig ausschließlich über das KDE-Plasma-Menü durchgeführt, sondern es gibt ja gerade, was das Layout und das Optische betrifft, gibt es ja auch Big eigene Anwendungen, die das Ganze hier steuert. So, was haben wir dann hier unten noch? Hier unten haben wir dann die Text-to-Speech-Anwendung. Und dann zusätzlich gibt es hier noch KATE. Das ist im Prinzip der Text-Editor oder Standard-IDE von KDE-Plasma. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier gleich LibreOffice Writer, also quasi das Word von LibreOffice, was ich hier gleich nutzen kann. Und dadurch, dass wir die deutschen Sprachdateien gleich mit installiert haben, ist hier auch alles schon auf Deutsch eingestellt. Das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr sinnvoll. Dann haben wir hier unten noch einen Taschenrechner, der auch gleich in der Startleiste ist. Finde ich auch sehr, sehr gut. Das ist immer das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwo an den Rechner gehe, wo ich ran arbeiten muss. Das Erste ist, da unten einen Taschenrechner reinzuhauen. Den braucht man dann doch zwischendurch immer mal. So, dann haben wir hier Dolphin, das ist der Standard-Dateimanager für KDE-Plasma. Und dann haben wir noch den Brave-Browser hier unten. So, hier können wir uns das Menü gleich mal angucken. Hier werden dann die Favoriten aufgelistet. Die kann man dann einfach auch per Drag & Drop entsprechend hinziehen, beziehungsweise man kann einfach per Rechtsklick dann als Favorit festlegen. Und dann werden die meistgenutzten Sachen hier gleich mit angezeigt. Sehr schön. So, schauen wir mal, was hier alles vorinstalliert ist. Jetzt unter Büroprogramme haben wir die komplette LibreOffice-Bibliothek mit einem Drum und Dran installiert und Ocular. Dann Dienstprogramme sind die üblichen Verdächtigen, die bei KDE-Plasma immer mitgeliefert werden, wie zum Beispiel die Emoji-Auswahl. Arc, wie gesagt, Kate, K-Alarm, K-Find ist mit dabei. Unter Einstellung finden wir dann im Prinzip den Big Store und die Leitstelle, quasi das Kontrollzentrum von Big, aber eben auch Software hinzufügen und entfernen und Software aktualisieren. Das Software hinzufügen und entfernen ist Amag. Den Big Store gucken wir uns dann gleich an. So, unter Grafik findet man dann noch Gimp. Gimp ist standardgemäß mit installiert. Und auch das ist sehr, sehr gut. Und bei Internet finde ich einmal die zwei Browser Firefox und Brave. Dann gibt es noch den JDownloader. Ob das noch ein Ding ist, wage ich zu bezweifeln. Ein Torrent-Client ist mit dabei. Und der Rust-Desk ist es quasi eine quelloffene Alternative zu TeamViewer. Bei Multimedia habe ich diverse Player, Audio- und Video-Player, wie zum Beispiel den Clementine-Player, aber auch den SM-Player. Dann haben wir hier auch das Mikrofonrauschen reduzieren und ein Videokonverter. Bei Spiele ist Steam und Lutris schon direkt mit vorinstalliert, was sehr interessant ist. Und noch zwei kleinere Spiele. Unter System finde ich dann auch mein Lieblingsprogramm, nämlich die Konsole und noch einen Menü-Editor und den K-Sysguard. Dann kommen wir zu den spannendsten Sachen, und zwar die Web-Apps. Denn das ist auch etwas, wo Big Linux sich auf die Fahne geschrieben hat in Sachen Inklusion, digitale Inklusion. Damit sind nicht nur Menschen gemeint, die leichten Zugang zu Technik haben sollten, sondern da geht es auch um Anwendungen, die auch leicht in Linux zu nutzen sind. Und gelöst hat das Big Linux mit den Web-Apps. Und hier sind schon bereits diverse Web-Apps schon vorgegeben, wie zum Beispiel Amazon Music, Instagram ist schon direkt mit dabei, Netflix, Odyssey, auch Office ist schon direkt mit dabei, Prime Video, Spotify, Twitch. Spotify dann nicht als Anwendung, sondern Spotify als Web-App auch. Twitch, Twitter und Yahoo Mail, aber auch WhatsApp. Also alles mit dabei. Und hier darunter ist auch noch eine Web-Apps-Google-Kategorie. Hier sind dann sämtliche Apps von Google mit dabei. Ja, jetzt mag man vielleicht sagen, hey, das sind ja alles so properitäre Sachen. Das hat ja mit freier, quelloffener Software nichts mehr zu tun. Doch, finde ich schon. Denn auch wenn es vielleicht die Anwendungen an sich keine freie, quelloffene Software ist, werden sie nun mal international sehr, sehr viel genutzt. Sie haben eine große Beliebtheit, sind sehr, sehr weit verbreitet. Und es geht ja eben darum, mittels freier, quelloffener Software eben inklusiv auf diese Anwendungen auch schnell und einfach zuzugreifen. Und das geht eben am einfachsten mittels Web-Apps. So, wir können ja mal hier, hier gibt es das Hinzufügen und Entfernen von Web-Apps. Das ist im Prinzip das kleine Applet, der Web-Apps-Manager. Hier finden wir dann die ganzen Web-Apps, die von Big Linux schon bereitgestellt werden. Und hier können wir auch eigene Web-Apps einfach hinzufügen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier einfach eingeben, typ.io.link. Dann einfach hier erkennen, dann zieht er sich die Information. Dann kann ich mir hier noch ein Symbol auswählen. Dann nehme ich natürlich das hier. Dann kann ich hier noch einen Namen vergeben, wenn es mir so nicht passt. Dann, was der Standard-Browser ist. Welche Kategorie. Können wir Desktop-Verknüpfungen erstellen. Und dann sage ich einfach hinzufügen. Sehr schön. Dann ist die App erfolgreich hinzugefügt worden. Wird dann hier aufgelistet. Und jetzt sehe ich auf meinem Desktop so ein Typ im Internet. Link-Liste quasi. Wenn ich die jetzt öffne, öffnet sich jetzt hier der Brave-Browser. Im Prinzip eine Instanz von Brave. Und hier habe ich dann jetzt direkt Zugriff auf meine Link-Liste. Quasi wie auf eine Software. Also als Web-App. Und auf diese Art und Weise kann ich alle möglichen Webseiten quasi hier als Web-App abspeichern. Und die wird mir dann auch hier angezeigt in diesem App-Menü. Sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr schön und clever. Und hier unten gibt es dann noch die Sitzungsverwaltung, wo ich dann das Gerät entsprechend neu starten, herunterfahren und so weiter kann. So, jetzt schauen wir uns noch schnell im Big Store um. Denn Big Linux hat einen eigenen App-Store entwickelt, der ein bisschen einfacher zu bedienen ist als das Parmak von Manjaro. Und Parmak ist tatsächlich nicht so einfach zu bedienen. Und zwar gibt es dann hier die verschiedenen Kategorien. Und hier oben dann entsprechend die Regler zum Jahr ausführen. Hier gibt es Einheimische. Damit sind einfach Native-Apps gemeint. Das ist halt auch wieder ein Übersetzungs-, ja, ein kleiner Übersetzungs-Bug, sage ich mal. Hier müsste normalerweise Native-Packages stehen. Das, was im Prinzip die nativen Pakete sind, die aus den normalen Manjaro- oder Big-Repositories kommen. Dann AUR, das sind dann die Arch-User-Repositories und auch Flatpacks sind mit dabei, sodass ich auch direkt Flatpacks installieren kann. Und die Benutzung ist sehr, sehr einfach und sehr, sehr intuitiv. Ja, ich gehe hier einfach auf zum Beispiel die Kategorie und dann habe ich hier die Programme aufgelistet in die Paketgruppen. Einmal hier die Native-Programme, die aus den Repositories kommen. Hier unten dann noch das, was im AUR verfügbar ist, wie zum Beispiel Spotify selber ist im AUR verfügbar. Flatpack wird jetzt hier kurioserweise nicht mit angezeigt in dieser Gruppe. Aber wenn ich zum Beispiel Spotify hier eintippe und danach suche, dann wird mir Spotify im Prinzip komplett angezeigt. Ich mache jetzt mal das AUR weg, weil das sind 60 Programme. Und dann sehe ich auch, wird Spotify als Flatpack hier mit angezeigt. Ja, Spotify und so weiter als Flatpack. Und hier oben wird sogar angezeigt, wo und wie viele Pakete es zu diesem Suchbegriff dann gibt. Also es ist wirklich sehr, sehr schön dargestellt. Und hier kann ich dann auch noch diverse Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel kann ich hier Snap-Pakete, auch hier wieder Übersetzungs-Bug, Snap-Pakete, kann ich dann Snap-Pakete dann aktivieren. Also Behinderte ist im Prinzip die Übersetzung von Disabled, was eigentlich deaktiviert bedeutet. Und dann kann ich hier wieder auf Aktiviert machen. Und dann kann ich auch Snap-Paketes entsprechend aktivieren. Dann werden noch Abhängigkeiten nachgeladen. Und dann sagt er mir, ich soll mich einmal ab und wieder anmelden. Das können wir ja gleich mal machen. Einmal hier unten. Einmal abmelden. Okay. Dann können wir uns hier wieder anmelden. Aber natürlich nicht, bevor wir hier den Fakt des Tages noch gelesen haben. Im Durchschnitt stellt ein vierjähriges Kind 437 Fragen pro Tag. Ich kenne sogar Kinder, die schaffen das Doppelte. So, und jetzt sind wir wieder hier drin. Dann den Big Store geöffnet. Und jetzt haben wir hier oben einen weiteren Regler für die Snap-Pakete. Und somit haben wir eine noch üppigere, noch viel größere Auswahl an Software. Und das Ganze ganz einfach zu bedienen und zu durchsuchen hier im Big Store. Und ich finde den Big Store, der ist wirklich sehr, sehr gut. So, Big Linux made in Brasil. Was gibt es also zum Abschluss zu sagen zu diesem Betriebssystem? Ich habe während der gesamten Testphase nicht einmal die Konsole benötigt. Das heißt, selbst wenn ich keine Ahnung von Linux habe, habe ich überhaupt keine Probleme, Big Linux zu benutzen. Denn die ganzen Linux-Befehle sind gar nicht notwendig, um Big Linux zu verstehen und auch zu nutzen. Und damit erfüllt Big Linux genau seinen Zweck, den sie in Brasilien haben. Nämlich die Verbreitung eines Betriebssystems, was sehr, sehr leicht, sehr, sehr intuitiv zu nutzen ist. Um eben Wissen zu vermitteln, um Technologie zu vermitteln, auch an die Unterschicht, die sich diese Big Tech-Sachen sonst nicht leisten können. Ist Big Linux also als Daily-Treiber zu empfehlen? Durchaus, wenn man über die kleinen Übersetzungsfehler darüber hinweg sieht, ist Big Linux wirklich ein richtig, richtig gutes System für Anfänger und sehr erfahrene Leute. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.